Guten Tag und herzlich willkommen bei unserem Podcast rund um YouTube und Musik und alles, was uns sonst noch so interessiert. Und auch heute wieder bin ich nicht alleine, sondern habe wieder einen meiner geschätzten Teammitglieder dabei. Wer ist denn heute dabei? Ja, der Klangcharakter, würde ich sagen. Wahnsinn, du bist ja schon ein richtiger Stammgast in diesem Podcast. Ja, und heute haben wir ein Thema, das ja wieder ein bisschen ums Produzieren geht, wenn man so möchte. Allerdings geht es heute, das ist zumindest der Plan, nicht unbedingt so extrem in die technische Richtung, sondern wir wollen heute mal das Ganze ein bisschen ja persönlicher gestalten und haben noch keine Ahnung, ob es klappt, weil wir ja eigentlich die beiden Technik-Nerds sind und es gibt bestimmt den ein oder anderen ausufernden Blick auf die Technik. Aber es geht heute vor allen Dingen um unsere Kameras. Genau, richtig. Ja, wir wollen nämlich heute mal gucken, vor allen Dingen, was denn jetzt eigentlich Klangcharakters Gründe waren, warum er sich denn jetzt auch eine Kamera gekauft hat. Weil bei dir ist es ja, ich glaube, das haben wir sogar tatsächlich noch nie irgendwo erwähnt, ähnlich wie bei mir am Anfang gewesen, dass du ja, bevor du dir jetzt die Kamera gekauft hattest, eigentlich gar keine Ahnung davon hattest und das für dich komplett Neuland war. Also für alle, die jetzt meine Geschichte zum Beispiel auch noch nicht so kennen, vielleicht kann ich die ja für den Anfang einfach nochmal kurz zusammenfassen und dann können wir mal gucken, ob Klangcharakter ein paar Parallelen bei sich findet. Weil bei mir war es ja tatsächlich so, also ich war damals als Jugendlicher schon mal so sehr früher Jugendlicher, ein bisschen am Ausprobieren an einer Kamera, die ich mal in die Hand gedrückt bekommen habe. Das ist aber schon ewig lang her und da habe ich so gemerkt, okay, das macht schon eine ganze Menge Spaß, aber so als kleiner Schüler, der noch so in den Kindheitsschuhen steckt, sage ich mal, war so eine Kamera schon ganz schön teuer und nicht wirklich leistbar. Und die etwas kleineren Kameras, die leistbar waren, das waren damals Kameras, die so schlecht waren, dass das keinen Spaß gemacht hat. Und so ein PC ist natürlich auch nicht so billig und den kriegt man dann ja jetzt so mit seinem kleinen Taschengeld auch nicht unbedingt zusammen und das war für mich dann immer etwas schwierig. Und irgendwie geriet das so ein bisschen in Vergessenheit mit der Zeit und die Lust darauf war zwar immer irgendwie so ein bisschen da, aber es fehlte immer so der letzte Antrieb, sich damit mal zu beschäftigen. Und ja, so, deswegen hatte ich auch tatsächlich nie eine Kamera zum Fotos machen oder so. Und irgendwann hatte ich dann halt jetzt nach einiger Zeit mal angefangen, meine Songs aufzunehmen und wollte ein Musikvideo drehen und dann dachte ich mir dann irgendwann so, ja, Musikvideo drehen wäre cool und irgendwie, wenn man mal so mit der Familie unterwegs ist oder so für kleinere Feiern, wäre es doch eigentlich auch ganz cool, das irgendwie festhalten zu können. Und dann kam irgendwann tatsächlich meine erste Kamera, meine Canon EOS 700D. Und ich saß dann damals davor, vor dem ersten Video und habe versucht, die Kamera anzumachen und habe erst den Anschalter nicht gefunden und musste dann erst mal gucken, wie man die Kamera anmacht und dann musste ich erst mal gucken, wie man damit ein Video aufnimmt. Und irgendwie war das alles ein sehr holpriger Start, weil ich halt, wie gesagt, keine Ahnung davon hatte. Und ja, ungefähr, ich weiß nicht, nicht ganz ein Jahr später hast du dir dann ja auch eine nachgekauft quasi. Ja, also man muss ja im Prinzip erst mal dazu sagen, du hast ja einige Videos, den Kanal alleine beziehungsweise Mieze kam dann ja noch dazu. Genau, also die ersten Videos waren ja gar keine Videos. Das kann man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Ich habe mal Let's Plays gemacht, allerdings nur vier, fünf Stück oder so. Und die hat auch keiner gesehen, außer Mieze und noch so eins, zwei andere. War halt vor allen Dingen für mich dazu da, um mal ein bisschen mich mit dem Schnittprogramm auseinanderzusetzen oder so. Kleiner Funfact an der Stelle übrigens. Mit einer ganz uralten Vegas-Version habe ich damals in dieser Jugendfreizeit auch angefangen zu schneiden. Also mein erster Berührungspunkt mit Videoschnitt war tatsächlich über das gleiche Programm wie heute, nur halt in einer viel, viel früheren Version. War letztendlich auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, weil da wusste ich zumindest noch so aus Erinnerungen so ein bisschen, wie das funktioniert. Und hatte so in Erinnerung, dass das auch sehr nah an dem Workflow von den Audiobearbeitungsprogrammen dran war. Was ja bei vielen Schnittprogrammen gar nicht unbedingt der Fall ist. Das stimmt, ja. Die funktionieren von der Logik her beim Bearbeiten relativ anders teilweise. Und Vegas, was ich benutze, ist sehr, sehr nah dran an der Musikproduktion und hat viele Parallelen. Und deswegen ist das eigentlich optimal für mich, momentan zumindest noch. So, wo war ich? Genau, richtig. Also wie du sozusagen mit YouTube angefangen hast. Ach so, genau, ja. Also ich habe am Anfang Let's Plays gemacht zum Testen und habe mit dem Videoschnittprogramm auch ein paar Songs hochgeladen. Allerdings nur mit Bild, weil, ja, keine Kamera und so. Und ich habe mich eh nicht vor die Kamera getraut. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Videos, tatsächliche Videos auch erst mal alleine gemacht, weil da war das ja noch so, da war ich ja noch ganz alleine unterwegs und habe mir dann für das dritte Video, also das Musikvideo Let It Rain, Mietze als Gast auf den Kanal geholt. Und mit ihr dann erst mal auch ein paar Videos gedreht und ich glaube auch noch welche alleine. Und dann habe ich dich ja direkt als Gast dazu geholt. Das war dann irgendwie drei, vier Monate später für den Vlog von der Musikmesse. Musikmesse, genau, richtig, ja. Das war dann der allererste Vlog auf dem Kanal. Ja, genau, richtig. Ja, und so fing das ja dann im Prinzip so ein bisschen an. Dann hat man, ja, oder hat man bei anderen Videos mitgewirkt, hat man irgendwann auch eine Kamera mal in die Hand gedrückt bekommen und da hattest du mir ja schon so ein paar Sachen mal gezeigt. Ja, hier musst du da drauf drücken und da musst du hier drauf achten und bla bla bla. Ja, ich glaube, das war dann so ungefähr zu der Zeit, wo wir das Tutorial zum Mixen gedreht haben wahrscheinlich, ne? Ja, das kann sein, genau. Weil es war so zwei, drei Monate, bevor du dir die Kamera wirklich geholt hast. Richtig. Und ich glaube sogar, dass Kiwi sich auch erst noch ihre gekauft hat. Ja, genau, das kam dann auch durch den Kanal quasi. Genau, und dann, ich meine sogar, das wäre zu dem Zeitpunkt gewesen, wo Kiwi dieses Equipment-Video von ihr dann mit ihr zusammen gemacht hat. Ja, das kam so ungefähr hin, ja. Genau, und zu dem Zeitpunkt, genau, habe ich mir die Panasonic G70 gekauft. Das war dann so ziemlich genau, ganz knapp über ein Jahr nach meinem Kamerakauf. Genau. Also das kann man vielleicht als Funfact auch nochmal in die Runde schmeißen. Als Kiwi, also das war, wo da diese ganzen Videos kamen mit Mixen-Tutorial und so, das war ja auch die Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, es ist zwar irgendwie mein Kanal, aber irgendwie mache ich den ja gar nicht alleine und euch dann offiziell als Team ausgewiesen habe. Und das war ja auch die Zeit, wo Kiwi dann dazukam. Richtig. Und Kiwi hat bei, ich glaube, dem Roast, nee, bei Homeland hat sie die Kamera zuerst in der Hand gehabt. Das haben wir nämlich eigentlich auch vor dem Roast gedreht. Das kann man vielleicht an der Stelle auch mal erzählen. Zumindest den ersten Drehtag, der war vor dem Roast. Der Roast kam dann aber vorher. Da war sie ja auch an der Kamera. Und bei dem Roast hat sie dann gemerkt, da hat sie voll Bock drauf und hat sich deswegen quasi das gleiche Equipment, wie ich auch habe, dann selber gekauft. Und hat seitdem auch ihre Kamera, also das kam quasi auch durch den YouTube-Kanal, auch wenn sie die halt zusätzlich noch zum Fotografieren gekauft hat. Aber bei dir war das ja dann quasi ähnlich, nur ein bisschen später. Richtig, genau. Und im Prinzip, das ist auch das Interessante, seit ich hier sozusagen bei dir mit im Team mitwirke und dann so die ersten Male mit der Kam, ja, oder überhaupt Kameras mal in der Hand gehabt habe und damit gearbeitet habe, hat mich das dann schon insoweit fasziniert, dass ich mir dann, sagen wir mal, auch im YouTube viele Videos angeschaut habe. Das war zum Teil ziemlich krass. Also ich kann mich da entsinnen, dass ich da wirklich nach der Arbeit immer mehrere Stunden abends wirklich vor dem Fernseher gesessen habe und habe mir YouTube-Videos angeguckt von Kopf bis Fuß. Kleiner Funfact an der Stelle auch mal, das wissen nämlich wahrscheinlich auch fast keine, oder das weiß wahrscheinlich keiner, weil ich glaube, wir haben es noch nie erwähnt. Ich gucke meine YouTube-Videos meistens am Rechner. Und du guckst deine YouTube-Videos eigentlich immer auf dem Fernseher. Ja, also sagen wir mal zu 80 Prozent, genau. Das heißt, du gehörst zu den zwei, drei Prozent, die tatsächlich YouTube am Fernseher konsumieren. Ja, genau, richtig. Was aber auch ziemlich cool ist, weil Mieze guckt die, glaube ich, gerne auch mal auf dem Handy. Das heißt, wir haben irgendwie von jeder Art von Nutzern quasi jemanden im Team und man hat so immer die Möglichkeit zu kontrollieren, ob das auch auf allen Geräten in Ordnung ist. Genau, richtig. So, jetzt habe ich dich schon wieder vom Thema abgelenkt, weil es wieder technisch wurde. Kein Problem. Ja, und durch diese ganzen YouTube-Videos bin ich natürlich auch auf die Ankündigung der Panasonic GH5 aufmerksam geworden, weil wenn man sich ein bisschen mit Kameratechnik so, ich sage mal, das letzte Jahr auseinandergesetzt hat, dann war eigentlich, gerade was den Videosektor angeht, relativ klar, die GH5 wird eine extrem geile Kamera und vor allem auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr interessant, was andere Kameras dann, die das doppelte, dreifache kosten, vielleicht dann erst können. Und deswegen war die Kamera für mich schon die ganze Zeit eigentlich so im Hinterkopf. Habe mir dann aber gesagt, hey, GH5, die hat zur Markteinführung 2.000 Euro gekostet. Du holst jetzt nicht direkt eine 2.000 Euro Kamera, um dann vielleicht nach zwei Monaten festzustellen, oh, das ist doch nichts für mich. Deswegen bin ich dann den Schritt gegangen und habe gesagt, okay, GH5 mal so in die Zukunft gedacht, wäre so die Kamera eventuell dann für dann mal. Guck doch, dass du gebraucht erst einmal eine ähnliche Kamera dir kaufst, vielleicht auch mit dem gleichen Mount, also auch mit Micro Four Thirds, sodass du die Objektive übernehmen kannst. Und da bin ich dann auf die G70 aufmerksam geworden, weil die ja auch viele YouTuber im Einsatz haben und unter anderem halt auch 4K bietet. Beziehungsweise Full HD dann auch mit bis zu 50 Frames. Und die habe ich sehr günstig im Ebay erstanden. Das war auch recht interessant über Ebay Kleinanzeigen. Lustigerweise auch ein, die hat einen Zahnarzt verkauft, der in meinem früheren Wohnort in Groß-Gerau ansässig ist und hatten da auch noch ein super nettes Gespräch. Also super cool gewesen und ich habe die halt sehr günstig erstanden und ja, die war ja dann auch einige Videos im Einsatz. Durchaus, ja. Also die ist tatsächlich ja, wenn ihr den Vlog gesehen habt, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, ist sie ja auch heute noch im Einsatz, wenn auch nicht mehr so häufig. Genau. Aber momentan habe ich so das Gefühl, kommt sie wieder häufiger in den Einsatz, weil wir langsam doch jetzt auch anfangen, das Potenzial darin zu sehen, noch eine Kamera mehr zu haben. Genau. Was die ganze Sache natürlich noch aufwendiger und chaotischer macht, aber ja, was sollst du, ne? Ja, gut, genau. Und ja, ich sage mal, die G70 hatte ich dann, glaube ich, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, aber ich meine, es wären irgendwie vier, fünf Monate gewesen im Einsatz. Und habe dann irgendwann, als die GA5 draußen war und ich glaube, ich hatte dann nochmal ein, zwei Monate gewartet, mir dann auch geholt. Also da war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich mir gesagt habe, okay, hey, wenn du da immer mehr mit einsteigst, immer tiefer in die Materie reingehst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warte jetzt nicht noch zwei Jahre, wo die dann vielleicht wieder veraltet ist, sondern jetzt. Punkt. Und dann habe ich sie mir geholt und ja, muss auch sagen, von Anfang an direkt zurechtgefunden, weil es eine ähnliche Menüstruktur hat wie die G70, ähnlich aufgebaut. Man konnte die Objektive auch erstmal, das war auch super von Vorteil, direkt weiterverwenden. Und ja, genau. Und ich bin von der Kamera super begeistert. Wir haben jetzt sozusagen auf dem Kanal die Vorzüge insbesondere von dem Bildstabilisator schon genossen. Gerade bei der GA5 ist es sehr interessant, weil die eine sogenannte Sensorstabilisierung hat. Also sprich, der eigentliche Sensor im Kamerabody selbst ist stabilisiert, über fünf Achsen. Und dann hat man durch das Kit-Objektiv, was ich in einem Set von der GA5, die ich mir geholt habe, was enthalten war, hat dieses Kit-Objektiv eben auch einen Bildstabilisator mit drin. Und die beiden wirken dann auch nochmal zusammen. Das ist eine relativ neue Technik von Panasonic, dass sozusagen diese beiden Stabilisierungssysteme ineinander greifen und damit nochmal besser stabilisieren. Und man ja, erhält da sozusagen fast, wenn man mit ein bisschen Übung, ja so Steady-Shot-ähnliche Stabilisierungsmöglichkeiten. Also man muss jetzt dazu an der Stelle vielleicht noch sagen, es wird dazu auch noch ein extra Video kommen. Also in meinem Video zu meinen Objektiven, die ich an meiner Kamera benutze zum Vloggen, da habe ich ja schon erzählt, dass es als nächstes um deine neue Kamera gehen wird. Das ist ja die GH5. Und da erzählst du das ja auch alles nochmal ein bisschen ausführlicher. Richtig. So gerade diese Kleinigkeiten. Also wer jetzt ein paar Parallelen hört im Video. Ja. Also man merkt schon, der Klangcharakter ist sehr begeistert davon. Und ich muss auch sagen, die kreativen Möglichkeiten, die jetzt diese neue Kamera zusätzlich noch mitbringt, sind sehr cool. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Kamera ja einen völlig anderen Stil hat, ein Bild abzulichten, sage ich mal. Also die Bilder, die aus der Canon rauskommen, sind vom Stil her schon völlig anders. Hängt natürlich auch stark mit den völlig anderen Objektiven zusammen. Und was man dann plötzlich für kreative Möglichkeiten hat, wenn man dann zusätzlich noch so eine Kamera hat, die dann noch mit 180 Frames aufnehmen kann, die völlig anderen Look bei den Objektiven hat. Genau. Du hast ja auch eigentlich bis auf ein paar Parallelen eigentlich völlig andere Objektive, so was auch so die Brennweiten so ein Stück weit angeht. Du hast ja schon andere Möglichkeiten als ich, weil mein eine Zoom-Objektiv, was ich habe, ist ja zum Beispiel extrem weitwinklig. Du hast dann eins, was nicht ganz so weitwinklig anfängt, aber dann dafür mehr in die höhere Brennweite geht. Genau. Also diese Mischung alleine und die, die macht schon unheimlich viel aus, weil wir ja teilweise jetzt, nehmen wir mal das Hochzeitsding zum Beispiel. Ja. Da hatten wir Kiwi, die, also es geht jetzt vor allen Dingen hier in der Stelle mal um das Intro, wo der Bräutigam und die Braut sich ankleiden und dann in Richtung Kirche gehen. Das war, das kann man jetzt Funfact-mäßig auch mal erzählen, eine Szene, wo alle drei Sachen gleichzeitig passiert sind und wo Klangcharakter bereits in der Kirche war und dort das Intro quasi gefilmt hat. Also alle Szenen, die in der Kirche stattfinden. Genau, richtig. Ja, richtig. bei der Kirche vor Ort. Richtig, ja. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich hatte das Kit-Objektiv auf der GA5 auf jeden Fall drauf, das 12-60 mit Blende 2.8 bis 4.0. Ja, man hat, also die Szenen waren ja auch teilweise sehr weitwinklig und teilweise wirklich richtige Close-Ups. Genau, ja. Ja, ich meine aber auch, ich hätte das 12mm 1.4 auch irgendwie nochmal drauf gehabt, aber ich kann es jetzt gerade nicht mehr so 100% wiedergeben. Ja, ja gut, macht ja auch nichts. Auf jeden Fall, das was halt sehr, sehr cool ist, ist, dass wir da also auch wirklich an jeder einzelnen Location noch so einen ganz leichten, anderen Stil immer drin hatten und da so eine richtig schöne Dynamik bei zustande kam. Ja. Ja. Und das ist halt schon ziemlich cool, zumal man ja auch immer noch die Möglichkeit hat, zwischendrin mal umzuswitchen. Also manche Vlogs filmen wir ja einfach mit meiner Kamera, wo ich mit meiner Kamera rede und die Close-Ups machen wir dann mit deiner. Und bei manchen Vlogs machen wir es dann wieder komplett umgekehrt und dann ist schon wieder ein ganz anderer Look da und dadurch ist es halt nicht so eintönig und immer wieder was Neues. Richtig, ja, genau. Ne, das ist von daher schon ziemlich cool. Gut, man muss im Prinzip da an der Stelle auch noch sagen, also ich habe mir die GH5 jetzt natürlich auch nicht nur hier für den Kanal bzw. fürs Videodrehen gekauft, sondern habe halt in der Zeit, wo ich die G70 richtig im Einsatz hatte und damit im Prinzip gefilmt habe, habe ich mich halt auch an Fotos gewagt und habe dann doch relativ schnell festgestellt, dass mir das Fotografieren auch sehr, sehr viel Spaß macht. und habe da mittlerweile auch schon sehr viele Bilder auch gemacht, habe auch mittlerweile ein eigenes Flickr-Profil, wo ich jetzt auch schon sehr viele Fotos hochgeladen habe und das ist so ja fast eine zweite Leidenschaft geworden und da ist natürlich die GH5, weil sie einfach nochmal einen etwas besseren Sensor hat mit mehr Megapixeln, auch nochmal sozusagen eine Steigerung. Insbesondere, weil ich jemand bin, der gern auch nachts unterwegs ist und für Sternenaufnahmen bzw. Astroaufnahmen sind natürlich so die ein oder anderen Objektive noch dazu gekommen, wie zum Beispiel das 12mm 1.4, was es mir ermöglicht halt zum Beispiel auch sehr coole Fotos von der Milchstraße zu machen, da braucht man in dem Fall einfach sehr lichtstarke Objektive, was uns aber wiederum auch bei der Videoproduktion zugute kommt, weil gerade wenn es dann mal wieder etwas dunkler wird, wir hatten ja zum Beispiel auch das eine Musikvideo gehabt, was sehr dunkel war. Ja, das war ja wirklich mitten in der Nacht und mit nur dieser, also es geht um Still Waiting, jetzt nochmal so der Vollständigkeit halber erwähnt, das ist nachts um zwischen zwei und vier Uhr oder so entstanden oder zwischen halb zwei und halb vier oder so, irgendwie um den Dreh. Und das war ein Video, wo es bis auf zwei, drei Szenen gar keine Lichtquelle vor Ort gab, außer dieser einen Taschenlampe, die wir auch mal vorgestellt haben. Also diese komplette Beleuchtung in diesem kompletten Video ist eigentlich ausschließlich mit der Taschenlampe, die wir mal vorgestellt haben, passiert. Ja, genau. Und da hatten wir, glaube ich, das 12mm drauf. Das 12mm 1.4 und das 42.5 mit 1.7er Blende, ja. Genau, und das war natürlich schon durchaus ein Vorteil, wobei man auch sagen muss, dass natürlich auch gerade das weitwinklige Objektiv jetzt auch schon bei ein paar Vlogs zum Einsatz kam, wobei jetzt natürlich das Neue, was du dir jetzt nochmal geholt hast, das werden wir aber auch nochmal genauer vorstellen, da nochmal ein Ticken cooler ist, glaube ich. Also wir haben ja jetzt letzten Mittwoch, müsste das dann gekommen sein, schon den ersten Vlog mit mal wieder einem neuen Objektiv hochgeladen. Steht dann alles in der Infobox unten. Genau. Und ich glaube, das ist zum Vloggen dann doch nochmal ein Ticken cooler. Aber so dieses 12mm kam vor allen Dingen uns auch schon deswegen sehr zugute, weil wir ja doch ganz gerne auch mal irgendwo unterwegs sind und es dann ja durchaus auch Sinn macht, mal ein bisschen von der Umgebung zu zeigen. Und gerade du bist da ja prädestiniert für, weil du halt doch nochmal ein Köpfchen größer bist als wir und über die meisten Leute einfach hinausragst und deswegen immer diese saukoolen Aufnahmen machen kannst über die Köpfe der Leute hinweg. Ja. Also das ist immer so dein Spezialgebiet und ich bin dann meistens der, der irgendwo mitten in der Menge die ganzen Leute durch die Köpfe durch irgendwie filmt und dieses Mittendrin-Gefühl doch mal irgendwie versucht reinzubringen. Ja. Aber es ist, ja, das ist natürlich auch nochmal sowas. Also da kann man halt auch sehr mitspielen. Ich glaube, das haben wir bei der Grillmeisterschaft auch mal gemacht, dass wir dann wirklich die Kamera mal gewechselt haben. Ja. Ja. Dass plötzlich dann diese ganzen Aufnahmen von deinem Look quasi, die normalerweise so ein bisschen von über den Köpfen war, dann plötzlich auch gerade bei der Endszene mitten aus der Menge kam, weil ich halt dann wieder kleiner bin und dann halt mal ein bisschen weiter unten war mit der Kamera. Und ja, also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wenn man zwei völlig verschiedene Kameras hat und das ist eigentlich immer ziemlich, ziemlich cool. Ja. Also ich finde es auch super, dass wir mittlerweile halt doch einige Kameras haben und dann eben echt mal gewisse Events, wie jetzt zum Beispiel auch die Hochzeit, mit mehreren Kameras aufnehmen können. Und dann, man hat einfach so unglaublich viele Möglichkeiten. Das ist schon echt super genial. Ja. Und ich finde es halt vor allen Dingen, was ich halt auch so spannend an der Sache finde, ist irgendwie so die Tatsache, einer von uns Idioten kann mal auf die Idee, sich eine Kamera zu holen. Ja. Und innerhalb von einem Jahr hat man damit so die anderen so dermaßen angesteckt, dass mittlerweile wir teilweise mit zwei, drei Kameras umlaufen pro Person. Also es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt nur unsere Kameras dabei haben und damit filmen. In der Regel steht meistens ja auch noch irgendeiner mit dem Handy da und filmt dann zusätzlich noch, weil er gerade seine Kamera nicht in der Hand hat. Ja. Also teilweise komme ich bei den etwas aufwendigeren Vlogs hier wirklich, da habe ich dann fünf Ordner und in jedem Ordner sind dann Videos von einer anderen Kamera drin. Ja. Und das ist eigentlich so ein Mega-Chaos, aber ich finde es jedes Mal so dermaßen cool, so viel Auswahl, nicht nur von Aufnahmen zu haben, sondern auch von Looks zu haben und die dann irgendwie miteinander zu kombinieren. Und das ist schon sehr, sehr cool. Zumal ja auch bei den meisten Kameras zwischendrin dann noch die Objektive gewechselt werden und dann schon wieder ein neuer Look reinkommt und irgendwie kommt da so sehr, sehr viel Dynamik rein irgendwie. Das stimmt. Ja, gut. Ich sage mal, ich weiß jetzt nicht, man kann ja nochmal ganz kurz auf das Ultra-Weitwinkel-Objektiv eingehen. Das war im Prinzip auch eine relativ kurzfristige Entscheidung, weil ich war vor kurzem mal für eine Woche in Rhön-Urlaub, also auf der Wasserkuppe. Und da dieses Gebiet natürlich äußerst gut ist, um Milchstraßenfotos zu machen, weil es da besonders dunkel ist, musste ich mir dieses Objektiv unbedingt kaufen, weil gerade bei Milchstraßenfotos einfach dieser extreme Weitwinkel nochmal wesentlich mehr aufs Bild bekommt, als jetzt zum Beispiel mit dem 12 Millimeter. Ja, also da ist Weitwinkel eh immer wichtig. Also es gibt ja von dir auch das Flickr-Profil, das kann ich ja auch mal unten verlinken. Genau. Und du wirst mir in Zukunft ja auch von deinen ganzen Fototouren auf jeden Fall immer mal Fotos schicken. Die werdet ihr dann auch auf unserem Instagram-Profil sehen. Also da gibt es dann noch eine kleine Auswahl davon immer mal wieder. Und da sind auch schon sogar, glaube ich, zwei, drei deiner Milchstraßenfotos gelandet. Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal ein lustiger Funfact. Auf einigen Thumbnails sind im Hintergrund deine Milchstraßenfotos sogar versteckt. Ich muss mal gerade überlegen. Ich glaube, bei unserem inoffiziellen 300-Abonnenten-Special-Feier-Video, was wir da im Sommer gemacht haben irgendwann, da habe ich das, glaube ich, im Hintergrund eingebaut. Bei dem zweiten Tag von dem Wochenende, wo Nerdy und Red-Style-Cooking da waren, da ist das auch, bei dem Bixen-Riding hintendran, also dieses Rote, was ihr da seht, was da so ein bisschen wie Flammen aus dem Thumbnail kommt, und das ist ebenfalls ein Milchstraßenfoto von dir eigentlich. Also die sind schon ganz gerne mal irgendwo versteckt, so als kleine Effekte. Da haue ich dann meistens noch so einige Effekte rein, weil das halt auch immer so einen saucoolen Look gibt, der irgendwie, ja, meistens einfach cool aussieht, weil da so, ja, viele Lichtspielereien reinkommen und wenn dann da gerade noch so ein paar Effekte drauf kommen, die dann das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen leuchten lassen oder so, dann sieht das meistens sehr cool aus. Also im Prinzip hat deine Astrofotografie durchaus was mit dem Kanal sogar zu tun, weil das ein Teil zum Design manchmal beiträgt, tatsächlich. Ja, und ansonsten, wie war das so für dich, als du das erste Mal deine eigene Kamera in der Hand hattest, weil du warst ja ein bisschen vorbereiteter als ich, weil ich habe ja wirklich einfach die Kamera bestellt, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, also ich wusste zwar, warum ich mir jetzt diese Kamera geholt habe, ich habe mich auch schon vorher ziemlich erkundigt, was denn da jetzt Sinn macht für einen Anfänger und so, aber so der Berührungspunkt war ja null da vorher, weil ich kannte ja auch nie jemanden, der so diese Kamera wirklich hatte und wo man da mal mit denen unterwegs war oder so. Du hattest es auf jeden Fall schwieriger, das stimmt. Weil, ja, ihr hattet ja in der Regel vorher schon mal ein paar Mal eine Kamera in der Hand und da war das vielleicht für euch ein bisschen was anderes. Deswegen erzähl doch mal, wie das bei dir war, als du dann deine eigene Kamera hattest, was war da für dich irgendwie, Gab es da noch so diese Anfangsschwierigkeiten oder warst du da schon vorbereitet durch die ganzen Sachen vorher? Also ich sage mal so, ich bin glaube ich an der Stelle ein Mensch, wenn mich was extrem interessiert und ich dann auf was hinspare, dann setze ich mich da sehr intensiv mit auseinander. Also gerade in Zeiten von YouTube und ich bin sowieso jemand, der gerne lieber Videos schaut von Leuten, die irgendwas vorstellen oder irgendwas erklären zu dem Produkt, was man sich dann vielleicht holen will, als jemand, der in Bücher irgendwas sich aneignet. Und ja, da ist es wirklich so gewesen, dass ich im Vorfeld halt doch schon mir das eine oder andere halt auch angeschaut habe, wie man gewisse Einstellungen auch gerade jetzt in Bezug auf Panasonic macht. Und ja, dadurch, dass ich von der Canon, wo ich ja auch so ein bisschen zumindest gefilmt habe, bevor ich dann zur G70 gekommen bin, das eine oder andere dann auch zumindest schon mal grob kennengelernt habe, was jetzt Blenden, Einstellungen und sowas angeht, so ganz grob zumindest. Also das hat mir dann schon sehr geholfen, da den Einstieg direkt oder etwas schneller zu finden. Ja, du warst auch nicht so wie ich, glaube ich. Also ich habe am Anfang ja wirklich so angefangen, dass ich erst mal die Kamera, die komplette Arbeit habe, übernehmen lassen. Also ich habe da nichts selber eingestellt, sondern ich habe einfach den Automatikmodus angemacht und habe erst mal gefilmt ein paar Videos. Auch Autofokussen, so alles unscharf war. Also ich bin da wirklich komplett ins Blaue gesprungen damals, weil jede neue Einstellung war dann wieder eine neue Herausforderung. Deswegen habe ich mich da so ganz langsam herangetastet. Also ich glaube, das dauerte auch irgendwie ein Jahr oder so, bis ich da wirklich mitvertraut war. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich direkt manuell eingestiegen. Also ich habe mit Automatikmodus jetzt zumindest im Fall von G70 und GH5 eigentlich so gut wie noch gar nichts gemacht. Ich habe alles manuell gemacht. Selbst beim Fotografieren nutze ich äußerst selten den Autofokus. Und früher, ich glaube, meine erste eigentliche Kamera, die ich mir mal irgendwann geholt hatte, das war mal irgendwie so eine Canon Powershoot, so eine kompakte Kamera irgendwie. Da habe ich zu den Zeiten, wo ich mir die geholt habe, seit, oh Gott, wie lange ist das her? Acht Jahre. Da habe ich mit der Kamera damals, glaube ich, auch nur Automatik gemacht. Aber seit ich jetzt hier beim Kanal bin und mal mit größeren Kameras zu tun habe, beziehungsweise jetzt auch mit der G70, GH5, eigentlich komplett nur manuell. Ja, vor allen Dingen, das kommt wahrscheinlich auch daher, weil du hast ja die Entwicklung bei mir auch über die Zeit hin ein Stück weit mitgekriegt, weil du da ja immer mit involviert warst. Also hast du das ja dann zumindest so ein Stück weit miterlebt, diesen Lernprozess. Richtig, ja. Und ich habe dann natürlich deine Erfahrungen, die du dann sozusagen zu dem Zeitpunkt hattest, wo ich dann dazugekommen bin, habe ich direkt projiziert. Und dann fing das bei dir ja auch schon mit der ganzen manuellen Geschichte an. Ja, ich glaube, das fing ziemlich genau kurz, bevor du deine Kamera geholt hast, fing das richtig an. Also ich glaube, wann war das? Also das Project Last Forever haben wir schon manuell gemacht. Das war noch relativ am Anfang der manuellen Zeit, aber wir haben das, ich glaube, das fing wirklich tatsächlich mit den Mittelalter-Instrumenten an. Als ich die Mittelalter-Instrumente damals vorgestellt habe. Also ich glaube, der Vlog, wo ich mit Mietze die Fil-ins fürs Krummhorn-Video gedreht habe, ich glaube, das war der erste richtige manuelle Vlog, glaube ich. Das war dann, ja, also das war, das war dann, ich weiß nicht mehr, ein paar Monate, bevor du deine Kamera dann wirklich geholt hast. Aber es ist schon trotzdem interessant, die Entwicklung, wenn man so die ersten Videos sieht, die dann vielleicht noch zum Teil Automatik, also mit Automatik-Modus, vollkommen unscharf waren. Also ich gucke ja, ich gucke ja manchmal noch gern die alten Videos, weil ich finde die ja immer noch super, also gerade, weil sie halt auch so, 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 noch so unbeholfen waren und wo man wirklich an jeder Ecke sieht, dass wir keine Ahnung hatten. Und das sind einfach auch irgendwie so saukoole Erinnerungen, sich die immer mal wieder anzugucken. Also so gerade so die ersten Videos oder manchmal habe ich auch einfach Bock, irgendwie eins zu sehen, was jetzt ein Dreivierteljahr alt ist, weil ich mir mal gerade wieder dachte, oh, der Tag war eigentlich cool. Komm, guck dir das Video noch mal an, erinnerst du dich noch mal besser dran. Und ja, ich finde es einfach immer wieder cool zu sehen, wie es teilweise wirklich minutenlang so dermaßen unscharf ist, dass man eigentlich kaum was erkennen kann. Und ja, man sich einfach dann auch mal wieder vor Augen führen kann, dass man ja echt viel auch per Learning by Doing gelernt hat. Oh ja. Also diese Unterschiede, die teilweise zwischen, weiß ich nicht, vor drei Monaten und heute liegen oder die, die teilweise, also gerade am Anfang des Jahres war das sehr extrem, wo dann wirklich diese manuellen Einstellungen immer mehr kamen und man dann halt auch schon viele Videos gedreht hat in manuellen Einstellungen und dann immer wieder ein bisschen mehr Erfahrungen dazu kamen. Da war es teilweise wirklich so, dass ich zwei, drei Wochen später mir zwei Wochen alte Videos angeguckt habe und mir schon gedacht, das würde ich heute aber wirklich komplett anders machen. Und das kann ich heute besser. Ja, genau. Also ich finde es immer wieder faszinierend und man hat immer, das ist vielleicht auch so was, was so ein bisschen Persönliches, man sieht zwar immer noch Fehler, die man besser machen kann, aber man hat jetzt nie das Gefühl, dass man jetzt nicht irgendwie das Beste erreicht hätte. Das ist schwer zu erklären. Also man hat immer das Gefühl, man hat so das aktuell Beste erreicht und das ist vollkommen okay so. Und ein paar Wochen später merkt man, dass man das selber eigentlich noch viel besser kann. So, das ist irgendwie total cool, diese Entwicklung immer zu sehen, finde ich. Gebe ich dir vollkommen recht. Finde ich auch bei anderen Kanälen immer ziemlich cool. Also ich habe das auch schon so oft erlebt, dass ich Kanälen irgendwie ein Jahr lang zugucke und dann habe ich irgendwann mal wieder Bock auf ein altes Video von denen. Dann mache ich ein altes Video und denke mir, um Gottes Willen. Das sind ja Weltenunterschiede, obwohl es einem selber als Zuschauer auch gar nicht auffällt, dass es besser wird, weil es ja ein stetiger, langsamer Prozess ist. Aber wenn man sich dann teilweise wirklich ein ein Jahr altes Video anguckt und das dann irgendwie, weil man dann schon von diesem jemanden einfach so eine krasse Qualität dann meistens schon gewohnt ist, denkt man sich, um Gottes Willen, was hat er früher gemacht? Ja, genau. Also wenn ihr auch mal Bock auf so einen Moment habt, guckt euch mal irgendein Video an, was ein Jahr alt ist von uns. Das ist so ein krasser Unterschied. Ja, ich gucke jetzt gerade mal hier auf die Timeline. Ich glaube, wir sind ungefähr bei etwas über 20. Nee, Klangcharakter, das funktioniert anders beim Podcasten. Okay. Ich erkläre dir das mal und das ist dann auch wieder ein schöner, kleiner Einblick hinter die Kulissen. Also ich habe ein Projekt, da sind die Podcast-Einstellungen schon voreingestellt und der letzte Podcast ist in diesem Projekt hier noch mit drin. Ach so. Deswegen geht unser Podcast erst bei 50 Minuten los. Ah, okay. Dann habe ich natürlich die Anzeige hier etwas missinterpretiert. Genau, das heißt, wir sind jetzt bei etwas über einer halben Stunde und können jetzt vielleicht noch einen etwas heiteren und fröhlichen Abschluss, ein fröhliches Abschlussthema wählen. Ja, ich würde sagen, wir machen das doch mal wirklich heiterer. Ich habe nämlich gerade ganz spontane Idee, die tatsächlich nicht geplant ist und ich auch noch keine Ahnung habe, ob dabei was rauskommt. Könnt ihr jetzt auch quasi live eine Woche später miterleben. Wenn du mal zurückblickst auf die Videos, die du bisher, also wo du bisher mit dran gearbeitet hast, was ist deiner Meinung nach das Video, was am besten geworden ist, technisch? Puh, ja. Also so als Gesamtwerk, sage ich mal. Also ich sage mal so, vom Schweiß, sage ich mal, und vom Herzblut, gut, da habe ich jetzt noch nicht viel beziehungsweise fast gar nicht an der Kamera gestanden, da fand ich eigentlich das Mittelalterprojekt immer noch am krassesten so von der ganzen Atmosphäre und dadurch, dass es geregnet hat und über mehrere Tage ging und so viele Leute auch involviert waren, fand ich das irgendwie immer noch so ein absolutes Highlight, obwohl ich da jetzt nicht viel oder fast gar nicht gefilmt habe. Wenn man jetzt rein vom filmerischen Aspekt sieht, fand ich eigentlich das Musikvideo, was wir mit meinen rot und blauen Lampen gemacht haben. Tears of Time. Genau, auf dem Dachboden. Das war irgendwie richtig geil. Oh ja. Sowas sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Ja, finde ich auch. Also so vom Musikvideo-Dreh her war das auch das technisch Beste, fand ich. Also das war wirklich wahnsinnig cool. Also auch im Schnitt, das hat so viel Spaß gemacht, das zu schneiden einfach. Wobei ich Still Waiting auch sehr, sehr interessant fand, weil das war ja komplett ohne Performance. Das war, glaube ich, das erste Musikvideo ohne Performance. Und es war ja vollständig in Zeitlupe. Also da gab es nicht eine einzige Szene, die keine Zeitlupe war. Das fand ich auch sehr cool irgendwie. Und vlogtechnisch gab es auch so ein paar, die ich echt krass fand. Also ich glaube, am krassesten war wirklich der Hochzeitsvlog. So vom filmischen her und vom technischen her. Und also das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal ein bisschen so als Einblick hinter die Kulissen geben. Bei dem Vlog war jede Szene, jede einzelne Szene war vorher geplant. Es gab tatsächlich für diesen Vlog so eine Art Drehbuch, weil natürlich auch bei dem ganzen Hochzeitsprogramm das vorher geplant werden musste, wann was sein musste. Und man will ja auch, dass dieser Vlog einen roten Faden hat, dem man folgen kann und einen Spannungsbogen bekommt. Also mir ist ja auch immer ein gewisser Spannungsbogen wichtig, dass man irgendwie so noch was bis zum Ende hin hat, wo man so ein bisschen mitfiebern kann vielleicht, auch wenn sich das gerade anbietet. Und ich habe mir tatsächlich vorher auch ganz, ganz genau überlegt, wann ich welche Informationen preisgebe, dass da dieser Spannungsbogen ein Stück weit erhalten bleibt. Und so der ganze Vlog in mehrere Abschnitte so ein bisschen eingeteilt wird und wann eigentlich was genau erzählt wird. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die Information, wer eigentlich heiratet. Erst, ich glaube, nach sechs oder sieben Minuten. Und die komplette Zeit vorher war eigentlich wirklich dazu da, um diese Spannung aufzubauen und einfach zu zeigen, was wir halt machen. Und dann so diesen Moment als großen Highlight zu haben, wo dann klar wird, wer eigentlich geheiratet hat. Und dann gab es ja noch so ein paar weitere Spannungsbögen so mit diesem etwas größeren Event, was da noch geplant ist, mit den Luftballons, was da noch kam. Und es gab eigentlich bei diesem Vlog mehrere große Schwierigkeiten, die ich so als Vlogger hatte. Zum einen wart ihr diesmal viel weniger involviert, weil ihr den kompletten Tag über natürlich unheimlich viel zu tun hattet. Und deswegen, also normalerweise bin ich ja sowieso derjenige, der das Ganze koordiniert und der so den Überblick behält. Aber normalerweise habt ihr ja zumindest so einen groben Ablauf immer dadurch, dass ihr halt permanent dabei seid. Ja, trotzdem immer so halbwegs im Blick. Und dann findest du manchmal zum Beispiel noch irgendwie so Sachen, hey, das könnte man doch auch noch. Und dann machst du auch noch so ein paar andere Sachen oder so. Das fehlte diesmal komplett. Also es ist zwar eigentlich quasi die Aufgabe gewesen, für die ich heimisch war, aber das war schon ein etwas komisches Gefühl, mit euch sowas zusammen zu produzieren, aber das trotzdem so komplett fernab von euch machen zu müssen, so dass ihr da so ein bisschen weiter weg wart einfach. Ja, denke ich mir. Und dann für mich ist es dann natürlich noch mal wichtiger, für euch dann quasi mitzudenken, also diesen Part, den ihr normalerweise noch mit übernehmt, dann auch noch mit zu übernehmen. Die zweite große Schwierigkeit war, das habe ich auch im Vlog erzählt, dass ich zwei Filme parallel gedreht habe, also nicht nur einen, weil natürlich auch noch ein privater Hochzeitsfilm entstanden ist, wo wir dann nicht so viel labern, sondern wo dann eben ein anderer Handlungsstrang ist, der aber privat ist. Deswegen verrate ich da jetzt mal nichts, weil ist halt sowieso unwichtig für jeden, der die beiden nicht privat kennt, glaube ich. Und dann über zwei solcher Projekte alleine den Überblick zu haben und das parallel, das war sehr schwierig, die Zeit war sehr schwierig, weil das ging ja, also der Vlog ging ja wirklich am Tag vorher schon los beim Aufbau und hörte ja erst am Ende der Hochzeitsfeier auf. Das war ja eine unfassbar lange Zeitspanne mit wenig Schlaf und dann über diese komplette Zeit auch den Überblick zu behalten, ohne zwischendurch abzuschalten. Das war schon ziemlich heftig. Da kam mir aber, das habe ich gemerkt, die Grillmeisterschaft sehr zugute. Also das war wirklich eine Erfahrung, die mir da wirklich weitergeholfen hat, weil man da zumindest mit dieser extremen Situation so ewig zu filmen, ansatzweise zumindest schon mal vertraut ist. Und eine andere große Schwierigkeit war, dass das natürlich alles sehr, sehr eng gefasst war und die kompletten Szenen alle aufeinander aufbauen und es deswegen keine Möglichkeit gegeben hätte, irgendwas noch zurechtzuschneiden, wenn irgendeine Aufnahme nichts geworden wäre. Also jede Aufnahme musste sitzen und es war ein so dermaßen enger Zeitplan, dass eigentlich auch jede Aufnahme beim ersten Take sitzen musste, weil dann keine Zeit mehr für den zweiten Take war meistens. Also es war tatsächlich teilweise wirklich so, also da gab es ja zum Beispiel die Szene mit Becky, wo Becky das erzählt hat, was sie auf ihrem Kuchen und so, nicht auf ihrem Kuchen, auch auf dem Kuchen der Braut noch mit diesen Figürchen gemacht hat und so. Und das Gespräch selbst geht ja irgendwie drei, vier Minuten und insgesamt Zeit dafür waren tatsächlich eigentlich nur fünf oder sechs, weil kaum war die Kamera aus, kam von oben dann schon wieder hier, der nächste Programmpunkt, auf geht's, auf geht's. Also es war, es wäre bei den meisten Sachen nicht möglich gewesen, auch nur irgendwie noch das Ganze nochmal zu wiederholen, selbst bei Kleinigkeiten. Ich sage mal so, aber auf der anderen Seite gibt das ja auch die Erfahrung dann auch, wenn man sowas mal gemacht hat, dass man in so Situationen dann vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen lockerer an die Sache rangeht oder da einfach nicht. Ja, also ich war sogar tatsächlich ziemlich locker, weil ich jetzt so, gerade im letzten halben Jahr habe ich auch mit den manuellen Einstellungen immer wieder gemerkt, es geht so in Fleisch und Blut über. Also man sieht in der Situation schon und kann schon so ungefähr abschätzen, wie man die Kamera einstellen muss. Man muss nicht mehr überlegen, man muss nicht mehr so viel testen, man muss nicht mehr überlegen, welche Objektive machen jetzt Sinn oder nicht. Man hat das irgendwie im Gefühl. Und ich habe ja auch mittlerweile um die 200 Videos geschnitten. Ich habe auch im Gefühl, wie ich drehen muss, dass ich gut schneiden kann. Und ich weiß auch, das war auch sowas, wenn ihr gerade am Filmen seid, ich weiß, was ich von euch für Aufnahmen erwarten kann. Ich weiß, was ihr ungefähr für ein Auge habt. Ich weiß, was ihr ungefähr für Aufnahmen macht. und konnte mir deswegen dann vorstellen oder mich einfach darauf verlassen, dass ihr das einfach so macht, wie immer und ich mich dann darum nicht mehr kümmern muss. Also das war dann auch nochmal sowas, also ich war an sich schon ziemlich ruhig. Das Einzige, was im Hinterkopf bei mir für Stress gesorgt hat, war eigentlich nur der Gedanke, was ist, wenn du einen Fehler übersehen hast? Also Ja, den du dann nicht mehr nochmal drehen kannst. Ich konnte halt die Schlüssel-Szenen auch nicht zwischendrin nochmal nachgucken, weil dafür keine Zeit war. Normalerweise gucke ich bei den wichtigsten Schlüssel-Szenen, bei wichtigen Blogs, stelle ich mich tatsächlich hin und kontrolliere die Aufnahmen nach der Aufnahme nochmal, damit so wenig Fehler wie möglich stehen, bestehen bleiben. Und vor allen Dingen die Gespräche, die unheimlich wichtig sind, dass die wirklich drauf sind. und die Zeit hatte ich da nicht und ich dachte mir, okay, das ist jetzt ein Tag, der passiert den beiden ein einziges Mal im Leben. Wenn du irgendeine Aufnahme versaust, kannst du die nicht mehr retten und nicht mehr wiederholen und nicht mehr herstellen. Und wenn du jetzt irgendeine Aufnahme versaust, die wichtig ist und es nicht rechtzeitig merkst, dann ist, ja, der ganze Vlog auch nicht mehr so in sich stimmig. Richtig. Das funktioniert dann nicht mehr. Und das war eigentlich das Einzige, das mich wirklich gestresst hat an dem Tag, weil ich immer wieder im Hinterkopf habe, was ist, wenn du jetzt irgendwie heimkommst, die Aufnahme aufmachst und dann war das Mikro aus. Oh mein Gott. So dieser Gedanke, weil das ist, das passiert selten, aber es passiert halt ab und an tatsächlich mal. Und ich habe zwar immer dreimal geguckt, aber ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja, du gehst aus der Tür raus und denkst dir, habe ich die Maschine ausgemacht? Ja, ja, ja. Und dann gehst du nochmal zurück und guckst und gehst wieder raus und denkst dir, habe ich die jetzt wirklich ausgemacht? Und so ungefähr war das da auch. Also ich habe dreimal geguckt, ob Mikro an ist, ich habe dreimal geguckt, ob die Einstellungen richtig sind und Sonstiges. Ich war da wirklich penibel genau, soweit es zeitlich möglich war. Aber sobald ich die Aufnahme beendet habe und das Mikro ausgeschaltet habe, kam schon der Gedanke, war das jetzt wirklich an? Weil es halt einfach so, also das war das Einzige, was gestresst hat, weil so Einstellungen und so, da habe ich keine Angst mehr, dass da irgendwas nichts geworden ist. Ich glaube, das übt dann einfach auch ein bisschen Druck auf einen aus, gerade weil es eine Hochzeit ist und einmalig und überhaupt und klar, da hat man einfach ein anderes. Ja und weil es halt vor allen Dingen auch so eine extrem komplexe Produktion diesmal war, weil so einen komplexen Vlog hatten wir ja auch mit Abstand noch nie. Also da war ja so unfassbar viel drin einfach, was irgendwie noch eingebunden werden musste und es war ja diesmal auch so, das ist ja auch sowas, was ich in letzter Zeit immer mal wieder gerne mache und zunehmend auch mehr mache, dass ich in Gesprächen zusätzlich noch Szenen habe, die ich dann zu den Gesprächen einblende, damit man nicht einfach nur langweilig vor der Kamera sitzt und was erzählt, sondern auch noch was zu gucken hat dazu. Und diese Szenen muss man ja auch mitdrehen und die passen ja dann in die Zwischenspiele auch nicht mehr rein, weil die waren ja vorher schon da. Und ja, also so dieser, dieser komplette Produktionsprozess dahinter, vor allen Dingen, weil auch 50 Prozent der Shots, die da in diesem Vlog drin waren, auch genauso geplant waren vorher. Also das war ein komplettes Drehbuch, ein komplettes Shotbook, was ich im Kopf hatte, was abgearbeitet werden musste und es ist tatsächlich jede Aufnahme was geworden. Aber so, das war, das war schon so, glaube ich, das Highlight bisher, was das Vloggen angeht bei mir. Einfach, weil das so aus, aus der Position, die ich normalerweise beim Vloggen habe, einfach das mit der mit Abstand anspruchsvollste Vlog war, den ich je gedreht habe, glaube ich. Ja. Ja gut, vor allem auch die Länge, also das hatten wir jetzt so in der Form ja auch noch nicht, dass das so viel Material dann logischerweise auch in einer relativ langen Videosequenz untergebracht ist. Das ist schon auch mal was Neues gewesen. Ja. Aber was, was ich halt auch so, also ich habe auch noch nie einen Vlog vorher so penibel geplant und so einzeln die einzelnen Shots geplant und so, das war auch neu. Also so genau plane ich Vlogs eigentlich nicht. Aber das ist wirklich so eins zu eins auch mit diesen, mit diesen Kamerafahrten, die dann teilweise aus der Kirche fahren, wo ich dir dann wirklich nur gesagt habe, du, Kamera, mach, fahrt, so, so. Das will ich haben. Und du hast es halt umgesetzt und das war dann genauso wie geplant. Ich musste dir nicht groß erklären, was ich genau brauche. Ich sage dir nur, Weitwinkelaufnahme, Menschenmasse, mach. Und du weißt halt auch durch diese ganzen Videos, die wir schon gemacht haben, genau, was ich brauche. Also das ist schon echt cool gewesen. Ja. Aber es war halt so echt eine Befreiung, dann die Aufnahmen zu sehen und dann wirklich nach und nach zu sehen, bei jeder Aufnahme, dass die was geworden ist und brauchbar ist und machbar ist und wirklich jeder einzelne Shot, der geplant war, auch funktioniert hat. Aber das war, pfff. Das stimmt, ja. Wobei, da fällt mir eine Sache ein. Also ich muss ja gestehen, ich war bei der ganzen Hochzeit auch ziemlich angespannt. Jetzt vielleicht weniger bei den Situationen, wo ich dann Videos gedreht habe oder das eine oder andere dann für dich noch gedreht habe, wo du dann zum Beispiel an einer anderen Location warst. Ich muss echt sagen, so, wo die Gäste dann in den Saal reinkamen, bei der Abendveranstaltung, dann hat es sich unheimlich lang hingezogen, bis dann irgendwann mal der eigentliche DJ-Job losging. Das war ja erst ziemlich zum Ende des Abends. Und dadurch, dass ich... Ja, gut, normal halt auf so Veranstaltungen. Ja, ja. Aber ja, das stimmt schon. Aber dadurch, dass verschiedene Sachen da noch, sagen wir mal, ungeplant vielleicht auch waren, die das Ganze noch mal ein bisschen nach hinten geschoben haben, war ich da schon ziemlich angespannt, zumal ich auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, diese eine Hochzeitsgeschichte, wo wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen haben, wo die Endstufe kaputt gegangen ist. Jetzt bei der Hochzeit hatte ich natürlich ein komplett anderes Setup, wo diese Endstufe jetzt gar nicht mit dabei war, aber trotzdem war diese Situation noch ein bisschen im Hinterkopf und man war sehr angespannt, dass auch wirklich alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ja, also ich glaube, das Schlimmste, also das war zumindest mein Eindruck bei dir, ist, dass du halt lange darauf warten musstest, um zu wissen, ob das so der Fall ist oder nicht. Ja, ja, genau. Richtig. Weil du musstest ja, also ich meine gut, ich habe dir da ein bisschen was zu tun gegeben, also so ganz tatenlos warst du ja jetzt nicht. Nee, das nicht. Das war, also ganz alleine hätte ich den Vlog so auch nicht drehen können. Also jetzt von dem Intro mal abgesehen, auch so zwei, drei Stellen. Ich habe ja teilweise wirklich an dem Abend da gestanden und ich hatte deine Kamera und meine Kamera gleichzeitig in Betrieb und habe gleichzeitig auf beiden gefilmt, weil dieser Moment halt nur einmal da war und du in Action warst und Kiwi musste Fotos machen und Mieze hatte auch noch zu tun und ich hatte keine andere Möglichkeit und dann stand ich da mit zwei Kameras und dann zwei Perspektiven gleichzeitig aufgenommen. Also eigentlich total wahnsinnig, aber ja, war schon cool. Was man vielleicht an der Stelle auch noch zusätzlich erwähnen kann, ein Objektiv, was ich im Einsatz hatte an dem Abend, das habe ich vorher noch nie benutzt. Stimmt. Weil Kiwi hat mir ihr Teleobjektiv gegeben und das war dann quasi da zeitgleich auch noch im Einsatz und ich hatte halt da auch noch zusätzlich keine Ahnung, ob das Teleobjektiv eigentlich so funktioniert, wie ich das so im Gefühl habe, weil ich habe es halt noch nie benutzt und das war dann auch sehr schön zu sehen, dass die Aufnahmen tatsächlich scharf sind, weil bei dem 10 bis 18 Millimeter bei mir hatte ich ja das Problem, das habe ich erst mal angeschlossen, habe erst mal ein paar Shots gemacht und dann gemerkt, die Hälfte ist unscharf, okay, da kannst du nicht so scharf stellen wie mit denen, die du gewohnt bist und da hatte ich auch so ein bisschen Angst den Abend über, dass ich bei den Aufnahmen vielleicht das auch erst mal noch lernen muss, allerdings waren die dann tatsächlich scharf, das war dann auch sehr befreiend, jetzt will ich das auch haben, das Objektiv. Also okay, es fängt jetzt schon wieder an, unheimlich technisch zu werden, aber ihr findet alle Videos, über die wir jetzt ewig lange gequatscht haben, auf jeden Fall in der Videobeschreibung und achso, eine abschließende Frage vielleicht noch, bevor wir den Podcast beenden. Von allen Shots, die du bisher für Vlogs gemacht hast oder für irgendwas, was war deiner Meinung nach dein absoluter Highlight-Shot? Also du meinst jetzt... Also ein Shot, den du gemacht hast und der für dich das absolute Highlight deines bisherigen filmischen Könnens war. Was ist der beste Shot, den du je gemacht hast? Puh. Hast du da spontan einen, wo du dir so gedacht hast, der ist absolut perfekt? Oh Gott. Also spontan ist glaube ich die Vlog-Geschichte bei Redstyle Cooking mit der Slow-Mo-Funktion der GR5 mit dem Burger-Patties drehen am Grill mit Flammen und spritzendem Fett. Das war so schon ein Highlight, was sehr nah war, also weil das halt ja vor ein, zwei oder vor kurzem erst war. Aber da war mit Sicherheit auch noch irgendeine andere Szene, aber da bin ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, weil diese eine Szene mit dem Grill einfach noch zu präsent ist. Die steckt dir noch richtig in den Knochen. Genau. Ja, also bei mir muss ich sagen, die krasseste, also der krasseste Shot oder einer der krassesten Shots, der mir jetzt spontan einfällt, ist Grillmeisterschaft. Und zwar tatsächlich ein besonderer Moment in diesen letzten Jubelaufnahmen. Also man muss dazu sagen, ich habe davon zwei Stück gemacht, die gehen beide irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten, weil die halt dann nochmal gestreckt werden natürlich bei der Aufnahme, damit es auf 60 Bilder kommt, glaube ich. Und also das sind dann eigentlich nur, was weiß ich, acht Minuten Aufnahmen gewesen, aber die sind dann halt, wenn man sie ausgibt, irgendwie 20 Minuten oder so lang. Und davon hatte ich zwei Stück und die hätte man eigentlich beide schon fast eins zu eins ungeschnitten hochladen können, weil die so dermaßen cool waren. Also das waren, glaube ich, so die coolsten Aufnahmen, die ich gemacht habe. Und da gab es einen ganz besonderen Moment und das ist auch der Abschluss in dem Vlog geworden. Das war, glaube ich, der perfekte Shot für diesen Vlog. weil man sieht unheimlich groß und in Scharf den großen Pokal des Siegers in den Händen der Sieger, die sich gerade freuen und darin spiegel ich mich mit der Kamera, während ich den Shot mache und in der Spiegelung sieht man hinten noch unscharf euch beide, also Mieze und dich, wie sie dastehen und dahinter nur noch ganz angedeutet die Menschenmasse, die noch hinter uns ist. Und dann gleitet dieser Pokal langsam in die Unschärfe ins Team hinein und verschwindet. Also das war schon sehr cool, weil das eigentlich so den kompletten Vlog zusammengefasst hat. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist Daniel, also Red Style Cooking, den wir an dem Tag kennengelernt haben, sogar auch mit in diesem Shot drin, irgendwo im Hintergrund zu sehen. Also wirklich, der komplette Vlog ist in seiner Gesamtheit in diesem einen Shot nochmal zusammengefasst. Also das ist, glaube ich, der beste Shot, den ich eh gemacht habe. Ja, das war auch sehr cool gewesen. Ja, dann würde ich sagen, das war jetzt mal wieder ein Vlog, der tatsächlich nicht ganz so technisch wie ich, ja, wie soll ich sagen? Ja, also so technisch fand ich ihn jetzt gar nicht. Nö, also er war weniger technisch, als ich erwartet habe. Aber trotzdem sehr technisch. Egal, wir bedanken uns jetzt einfach wie immer für jedes Like. Für jedes Abo. Und für jeden Kommentar. Und bis dann. Wir machen das Ende jetzt ein halbes Jahr und kriegen es immer noch nicht gepackt. Ja. 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 Ja.